Sinken Sie auf Flight Level 37. Alle diejenigen von Ihnen, die Angst vorm Fliegen haben, bereiten sich auf einen Horrortrip vor. Für diejenigen von Ihnen, die keine Angst haben, genießen Sie die Zeit an Bord. Ein Flugzeug außer Kontrolle. Wir haben den Funkkontakt zur Trans-Control 7 verloren. Disengage, disengage. Hilfen Sie mir zu landen. Wir werden nicht landen, klar? Zwei Schwerverbrecher auf dem Weg ins Gefängnis. Da ist ein Feuer an Bord. Er ist wahnsinnig. Ein Killer. Kriegen wir Verspätung? Wie lauten die Vorschriften für so eine Situation? So eine Situation hat es bisher nicht gegeben. Ich bin in 10 Kilometer Höhe. Ich habe mehr Köpfchen als Sie. Wer fliegt die Maschine? Steigen Sie auf Flugfläche 390. Jetzt kannst du beten. Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Wir danken Ihnen, dass Sie mit Trans-Continental geflogen sind. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in L.A. CMC, Ihr Anflugkontrolle. Sie passieren 300 Fuß und steigen weiter. Ich bin in 10 Kilometer Höhe. 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 Vielen Dank.